liebe steno freunde wäre es nicht wunderschön wenn wir in youtube auf diese weise miteinander kommunizieren könnten es braucht nicht viel sein was wir uns wechselseitig mitteilen punkt wenn jedoch viele mitmachen dann dürfte es ein leichtes sein dann dürfte es ein leichtes sein kommamiteinander und voneinander eine menge zu lernen ich habe mal hier nur eine din a5 seite hergenommen um darauf ein paar zeilen zu schreiben punkt ich schreibe einfach aus dem stegreif ohne mir vorher einen text bereit gelegt zu haben das wird für viele oder manche oder manche überraschen überraschend sein kommam da üblicherweise stenographie verwendet wird verwendet wird um gesagtes gesagtes zu protokollieren punkt punkt in unserem fall jedoch verwenden wir stenographie als ent ent wofs schrift entwurfsschrift schrift 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 schrift